Heimat ist für mich Geborgenheit und Liebe. Familie und Freunde. Berge gesehen. Tag, wo gute Musik laufen. Schottli. Zentralschweiz. Fondue. Familie. Berndutsch. Raclette und Skifahren. Miss Dihaime. Arnbötle. Das Mesmeli. Die Migros. Pancakes with Maple Syrup. Licht und Wärme. Heimat ist für jeden etwas anderes. Sei das in Verbundheit mit einem Ort, mit einem Gefühl, mit Menschen oder mit Musik. Das Stück Atentheuer ist eine symphonische Dichtung, die ich geschrieben habe, wo sich der Schweizerische Alperaum als Schauplatz für ein musikalisches Abend macht. Das Programm könnte einem beispielsweise ermöglichen, seinem eigenen Heimatgefühl auf die Spur zu kommen. Für die zwei Komponisten Troschak und Strauss ist ihr Heimatgefühl ganz besonders charakterisiert. Durch die Volksmusik, wo sie aufgewachsen sind. Durch den Wiener Walzer. Durch den Tanz in Böhmen. In dem wir ihre Musik hören, kriegen wir einen ganz privaten Einblick ihres Heimatgefühls. Ein italienischer Komponist Rossini, der Schweizer Heimatgefühle vertont. Wie geht das? Es sind alles die gleichen Gefühle, die für uns Heimat bedeuten. In einem weiteren Programm teil, probieren wir einen Brutt zu schlagen zwischen dem symphonischen Klangkörperorchester und er braucht immer eine kleine Formation. Es ist die dritte. Es ist die dritte Generation. Ein Familienprojekt. Es ist mega beeindruckend, mit so einem Orchester zusammen Musik zu machen. Wenn man dort steht und dann kommt der Jodl. Mit sie machen heute den Streicher darüber. Es ist so genial. Ich liebe es schon jetzt. Wir sind hier zu Hause. Am 10. Januar. Bei uns im KK Luzern. Wir sind hier zu Hause. Am 10. Januar. Das thick ganze Café. Am 23. Januar.